Ein herzliches Willkommen zu meinem Part von Let's Fun! Hey, hey, heute war der Party am Stizzle. Wir spielen hier heute mit unserer ersten Farm. Und die Kuh übernimmt für heute mal das Ansehen von mir. Und ja, wieso auch nicht? Man muss ja mal ein bisschen hier austesten. Wir haben ja einen neuen Gast hier zu begrüßen. Und ja, Sanjo, die Milchkuh, macht mal heute den Robin für euch. Und ich bin einfach nur der Gameplay-Master. Ihr habt es ja vielleicht schon am Titel gesehen. Ich bin in Berlin tatsächlich bei Google, also bei Supercell. Es ist ein Supercell-Event. Ihr werdet bestimmt mal auf Instagram noch ein paar Storys sehen. Ja, wo ich euch ein bisschen das Google-Gebäude zeige. Ein bisschen, ja, Input zeige, was da so abgeht. Und noch wichtig zu wissen ist halt, es ist kein Heyday-Event. Das ist einfach ein Creator-Event von Supercell. Also nichts Heyday-bezogenes, sondern einfach nur von Supercell. Eine Gelegenheit, ein bisschen was zu lernen, sich ein bisschen auszutauschen. So eine Art Meet & Greet, um ein bisschen weiterzukommen, ein bisschen höher zu kommen. Ein paar Infos zu kriegen und so weiter und so fort. Deswegen bleibt einfach auf dem Laufenden. Folgt mir auf Instagram. Und ansonsten wartet einfach den Vlog ab, der sehr wahrscheinlich hier auf YouTube kommen wird. Ich kann nicht garantieren, dass einer kommt, weil ich weiß halt auch nicht, wie viel ich filmen darf, was ich filmen darf. Ob ich viel filme, das ist jetzt auch mal so eine Sache. Deswegen checkt auf jeden Fall mal Instagram aus. Da kriegt ihr auf jeden Fall dann die Infos, wie es ist in Berlin. Und ja, wie es so sein wird jetzt die kommende Woche oder diese Woche jetzt. Ich bin nämlich heute losgeflogen, wenn ich jetzt mal von meinem Zukunfts-Ich reden kann. Also ich fliege heute... Also ich bin schon in Berlin angekommen, weil ich müsste eigentlich heute Morgen geflogen sein. Und ja, jetzt bin ich in Berlin und es wird heute irgendwann um 18 Uhr losgehen. Und dann, ja, bin ich mal gespannt, wie das dann so weitergeht. Wie gesagt, ich halte euch über Instagram am Laufenden. Das Ganze geht bis Donnerstag. Und Donnerstag geht es dann auch wieder zurück. Und ja, bin mal gespannt, ob ich so einen Vlog mache, ob ich das überhaupt schaffe und wie es da allgemein so wird. Also ich freue mich mega. Vielen Dank hier an Supercell nochmal. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Ja, auch die Chancen und die Möglichkeiten, die Supercell einem gibt. Und allgemein auch Partner zu sein, ist eine riesen Ehre für mich. Ja, also das freut mich auf jeden Fall sehr. Ja, wir spielen hier mit unserer ersten Farm. Let's Fun Hey, Part 401. Checkt auf jeden Fall mal den letzten Part ab. Da gibt es doch ein Giveaway. Das ist noch nicht ausgelost. Das werde ich jetzt Ende der Woche noch machen. Das Giveaway auslosen. Deswegen freut ihr euch schon mal drauf. Und ja, den Gewinnern werde ich auf den Kommentar antworten. Und genau. So viel dazu. Jetzt müssen wir hier unser ganzes Minenzeug wieder reinballern, weil ich habe natürlich wieder keine Erze. Ich habe jetzt auch keine Lust wieder in der Zeitung zu gucken. Ich muss eh ein paar Schaufeln und so loswerden. Und sowieso immer ganz gut. Dann kriege ich da auch ein paar Diamanten immer von der Mine. Deswegen passt das ja eigentlich immer ganz gut. So auch mal die Minensachen reinzuschmeißen. Um so auch gute Erze zu kriegen. Und auch andere Sachen immer zu kriegen. Was ist andere Sachen? Also Erze und Diamanten halt. Die man dann mal selber hier benutzen kann. Eigenproduktion ist sowieso immer das Beste. Kann ich euch sagen. Macht man kaum Minus. Man ist immer gut im Plus. Und und und. Deswegen. Das kann. Das kann ja nur gut sein. Ich mache immer erst die niedrigen Sachen rein. Und dann die. Und dann die hohen Sachen. So was haben wir denn hier? Einmal mal Armband. Und. Ja Eisenarmband können wir auch machen. Genau. Ananas können wir jetzt nochmal voll machen. Und zack Puzzleteil. So soll es sein. Ich sage mal danke. Fürs Helfen. Und auch noch ein Puzzleteil. Das ist gut. Ich habe ja mittlerweile gelernt. Dass die Schiffe auf ein Puzzleteil. Pro Tag begrenzt sind. Und es gibt wohl. Ich weiß ja nicht mehr ob es Montag oder Freitag war. Es gibt auf jeden Fall an zwei Tagen. Wohl zwei pro Tag. Ich finde das ein bisschen komisch. Mit der Puzzleteil Regelung. Ich glaube es gibt aber auch nur zwei pro Tag. Wenn man einen Tag vorher keins eingesammelt hat. Also es ist irgendwie noch ganz komisch. Ich habe es jetzt auch nicht mehr gerade ganz im Kopf. Weil ich hatte das mal nachgefragt. Weil ich das mal wissen wollte. Weil ich der Meinung war. Dass es eigentlich fünf pro Tag gegeben hat. Scheint echt sehr alt gewesen. Zu einem beim Wissensstand. Aber werde ich auf jeden Fall nochmal. Genauer für euch. Erläutern und nachfragen. Es gibt auf jeden Fall. Irgendwie ein oder zwei Tage die Woche. Zwei Puzzleteile. Ich meine auch. Es würde mit dem Tag davor zusammenhängen. Ob man eins eingesammelt hat oder nicht. Deswegen. Ich hatte nämlich gestern auf jeden Fall keins eingesammelt. Und passt das ja dann auch. Dass es heute ein zweites gibt. Es ist aber auf jeden Fall nicht jeder Tag so. Dass man dann zwei bekommt. Das ist ja sowieso immer irgendwie ganz komisch. Ja. Ja. Jetzt machen wir noch alle Maschinen voll. Und. Dann ist unsere Farm wieder voll in Gange. Neue Farm Pass hat er auch jetzt gestartet. Wenn euch den Farm Pass gönnt, dann einen Creator Code. Also jetzt schon ein paar Tage seid ihr schon am Start. Ähm. Ich mag das Rentier auf jeden Fall. Hier haben wir Creator Code. Ey. Die nimmt ganz schön viel Platz ein, die Sanyo. Vom. Vom. Spielbild her. Frechheit. Man sollte sie. Aus dem Video einfach rausbannen. Aber sie ist gerade so in ihrem Flow drin. Das glaubt ihr gar nicht. Und übrigens für alle Leute, die das Headset erkennen. Es ist wirklich mein Headset. Wo ich meine allerersten Videos mit aufgenommen habe. Ja. Das habe ich noch. Das ist das Headset, was immer bunt war. Was immer geleuchtet hat. Ist gerade nicht eingesteckt, deswegen wundert euch nicht. Aber ja. Es ist wirklich das Headset. Was sonst immer bunt war. Ähm. Ja. Olivenöl. Ah. Ich habe keine Oliven. Äh. Ist nicht schlimm. Was machen wir sonst? Ich muss auf jeden Fall irgendwas produzieren, ja. Weil Soßenmacher ist ja mit. Eines der wichtigsten Gebäude überhaupt. Dann machen wir halt Oliven. Geht ja nicht anders. Kommt her, ihr Oliven. Her. Da. Mit. Und jetzt sind alle zum Beleben. Oh, das mag ich ja nicht, ne. Dass es dafür immer noch keinen Knopf gibt. Einfach alle auf Beleben zu machen. Ich meine, es gibt Leute, die machen ihre ganze Farm mit der Scheiße voll. Und die müssen jeden einzelnen Baum danach anklicken. Ohne wieder los zu werden. Wenn es einfach einen Knopf geben würde, ne. Alle Bäume weg oder sonst irgendwas. Das wäre so eine heftige Erleichterung. Aber nein. Man muss jeden einzelnen Baum anklicken. Und dann. Meistens, wenn man dann jeden einzelnen noch anklicken muss. Kommt dann. Also wenn man dann alle belebt hat, hat man irgendeinen vergessen. Irgendwo mittendrin ist dann auf einmal einer. Oh, den habe ich vergessen. Das war so ätzend, ey. Diese Meldung. Boah. Also da platzt mir der Hut. Manchmal. Also was heißt diese Meldung? Also das ist ja eigentlich immer nur der Baum, der dann übrig bleibt. Finde ich immer sehr nervig. Ich suche jetzt gerade Eier in der Zeitung. Weil wir haben auf jeden Fall noch ein paar Maschinen vor uns, die sehr viele Eier benötigen. Das ist immer sehr problematisch. Die Eierplage hier. Aber man findet auch kaum noch welche in der Zeitung. Weil die halt so heftig gebraucht werden. Dass man die einfach kaum noch findet. Finde ich persönlich sehr schade. Ich hoffe mal, dass da irgendwann mal was kommt, was das so ein bisschen wieder ausgleicht. Also sei es irgendwie, ja, mehr Hühner oder, ja. Ja. Weiß ich gar nicht. Noch eine Futtermühle oder so. Irgendwas, dass man mehr schnelle Eier oder allgemein auch mehr Hühnerfutter gleichzeitig produzieren kann. Es wäre sehr, sehr wünschenswert. Weil so ist das echt immer eine Tortur, muss ich sagen. Ich meine, klar, Hühner dauern sich nicht so lange. 20 Minuten geht alles. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt nicht unbedingt alles vorbereitet immer und auch jetzt nicht unbedingt die meiste Zeit hat, ins Spiel zu gehen. Wir eigentlich regulär die meisten von uns halt nicht so die Zeit haben. Dass man dann morgens reingeht, abends reingeht. Dass man dann nicht immer 20 Minuten am Stück online ist und die Eier sammelt. Das ist ja auch irgendwo irgendwie klar, ne. Deswegen finde ich das halt schon ein bisschen schade. Ich meine, mit einer Zweitfarm geht das natürlich alles. Habe ich auch letztens im Video zugemacht. Deshalb braucht ihr eine Zweitfarm. Dann ist es natürlich immer echt gut. Aber, ja, ich weiß nicht. Also, ich finde es halt sehr schade, dass der eine ja schon indirekt zu einer Zweitfarm drängt, weil man die Sachen entweder nicht in der Zeitung findet. Wo er halt einfach so viel braucht, also auch in Kombination mit dem ersten Grund, einfach so viel braucht, dass man gar nicht richtig damit klarkommt. Mit dem ganzen Zeug. O3-Bolls nehme ich natürlich gerne. Tigers World. Ich habe jetzt Tiger Woods gelesen. Aber okay. Tigers World. Der Tiger gibt es ja nicht in Hay Day. Ist ja... Auch so eine Sache. Ich bin mal gespannt, welches Weihnachts-Update, welche neuen Tiere kommen. Also, ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, dass neue Tiere kommen. Aber es ist ja bald in jedem Update so, dass neue Tiere kamen. Deswegen kann man eigentlich schon indirekt davon ausgehen, dass neue Tiere kommen werden. Aber warten wir es einfach mal ab, was da kommt. Weihnachts-Update dauert ja auch nicht mal lange. Dann ist das ja schon wieder da. Freutag übrigens, auf Dezember, es wird so eine Art Adventskalender geben. Ich habe es ja jetzt schon häufiger mal gesagt. Deswegen abonniert auf jeden Fall mal den Kanal. Macht mal die Glocke an. Und freut euch auf den Adventskalender. Da wird es... Auf Weihnachtszeit. Da wird es so eine Art Adventskalender auch hier bei mir auf dem Kanal geben. Mit sehr vielen tollen Preisen. Sehr vielen tollen Sachen, die ihr gewinnen könnt. Und ja, allgemein. Also wenn ihr Heyday mögt, Heyday liebt, Heyday lebt und Heyday atmet, dann solltet ihr hier ein Abo da lassen. Wenn ihr es nur lebt und liebt, dann vielleicht nicht. Ihr müsst es schon leben. Nein, also würde mich natürlich sehr freuen. Hier über ein Abo. Kostet nix. Unterstützt mich sehr. Freut mich immer. So, Toppflanze. Ich muss hier unbedingt die Eierplage umhergehen. Deswegen mache ich hier gerade immer so komisch. Ich brauche ein paar Kokosnüsse. Die sind wahrscheinlich auch zum Beleben. Gehe ich mal von aus. Oh ne, sie sind tot. Hier wäre natürlich auch cool nur ein Knopf. Alle weg, alle neu. Dankeschön. Aber irgendwie ist das nicht so ein Heyday drin. Manchmal denke ich auch echt, das habe ich auch schon häufiger gesagt, dass die Leute, die die Updates machen oder halt die Entwickler, dass die das Spiel halt einfach nicht selber spielen. So, den mache ich auch weg. Weil ich habe keinen Bock, einen Baum da anders zu haben. Das mache ich nicht. Ich habe jetzt zwar vier Kokosnüsse quasi verloren. Ach, scheiß drauf. Ist mir egal. Ich möchte nicht hier irgendwie wieder einen Baum größer haben als den anderen oder sonst irgendwas. Ne, ne, ne. Dann lieber weg und neu. Ist dann besser. Aber das meine ich zum Beispiel. Das war auch wieder so ein Baum, der vergessen wurde. Irgendwie zwischendrin. Oh, ist immer so nervig. Aber es passiert. Kokosnuss. Ja, dann können wir endlich hier das neue Produkt weiter produzieren. Wo war ich denn jetzt? Nicht lost, aber. Genau. Die Haferbreittheke. Porridge. Ja, warum das nicht Porridge heißt, weiß ich immer noch nicht, aber. Muss ja nicht alles eingedeutscht werden, ne. Im Endeffekt dachte ich mir dann auch, jo, ihr habt ja recht. Zumindest ein paar von euch, die es unter das Video geschrieben hatten. Es muss nicht alles eingedeutscht werden. Boah, Fischfilet in der Zeitung. Vor allem Fischfilet zu finden und keine Eier. Das ist, das ist ja schon, also das heißt schon was. Das ist schon krass. Einfach, einfach keine Eier, aber Fischfilet, ey. Mann, Mann, Mann. Gibt's ja nicht. Was haben wir hier noch? Gnocchi. Ja, Gnocchi wollte ich jetzt nicht direkt machen. Aber mal Pilznudeln. Pilze habe ich ja auch letztens produziert extra. Das war schon richtig gut, dass ich das gemacht hatte. Hier machen wir den normalen. Jetzt habe ich keinen weißen Zucker mehr für den Rest. Ach ey, weißer Zucker, Sahne, Butter. Immer das gleiche. Jetzt habe ich hier auch keinen weißen Zucker mehr für. Dann, es läuft ja immer irgendwie im Endeffekt dann darauf hinaus, dass man das gleiche produziert, weil einem entweder an Sahne fehlt, Butter, weißer Zucker, brauner Zucker oder halt die Eier dann tatsächlich auch. In manchen Gebäuden kannst du ja gar nichts ohne diese Produkte machen. Das ist immer echt belastend. Ziegenkäse habe ich jetzt mal über die Nacht produziert, häufiger mal. Deswegen habe ich davon jetzt mal ein bisschen mehr. Und hier Früchtebrot. Kakaobohnen. Die gehen mir auch immer aus. Er hat heute drei Baumsorten geerntet. Nicht schlecht. Beleben, beleben. Hier wieder aber ich tot. Ach. Es ist doch zum Mäusemelken. Ich habe auch kaum noch Sägen. Das haben wir da häufiger Weizenfarm. Jetzt gehen mir die Sägen hier aus. Ey, das wäre natürlich eine Katastrophe. Dann war es das mit Kakaobäumen ernten. Dann geht gar nichts mehr. Aber es ist schlimm. Also, wenn ich die jetzt nicht ernten könnte. Ich meine, davon findet man ja schon sehr, sehr viel auch noch so in der Zeitung. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt so ausverkauft ist, wie es ausverkauft ist. Ich weiß, komisch das Sprichwort, aber ihr wisst. Allgemein diese Buschbäume findet man ja oft in der Zeitung, weil halt viele auch damit Geld verdienen. Deswegen geht das jetzt noch. Es ist jetzt kein Notfallprodukt. So, Kakaobäume. Dann waren wir hier wegen Donut. Ich habe das immer mit Donauwelle im Kopf. Bei uns heißt das, wenn man das kauft, einfach Donauwelle. Ich weiß noch nicht, ob das das gleiche ist, aber für mich sieht das echt auch so aus, als wäre das so eine Donauwelle. Ich könnte mal gerne in die Kommentare schreiben, ob das stimmt oder nicht. Aber eigentlich für mich ist das so ein Ding. Ja, komisch. Okay. Die Karotten sind auch fertig. Machen wir jetzt hier noch eine Runde Reis, glaube ich. Ja. Oh, das reicht gar nicht. Cool. Geht auch noch. Und... Pilze. Pilze habe ich jetzt heute sehr oft gebraucht. Aber die brauchen ja zum Glück nur 20 Minuten. Das geht ja noch. Okay, das kann ich jetzt nicht mehr machen, weil ich habe meine... Ich habe meine Muffins weggegeben. Unnötigerweise. Weil ich hätte nämlich keine Cupcakes machen müssen. Das war jetzt ein bisschen... Ich wollte aber auf jeden Fall die Maschine voll haben. Da ich keine Eier habe, wollte ich jetzt nicht unbedingt hier auf Eier warten, bis ich mal irgendwelche im Buch hier finde. Das kann ja manchmal ewig dauern. Ja, Leute. Das war es für den Part. Farmbewerden. Äh, Farmbewerden. Ja, moin. Nicht Farmbewerden. Let's Fun. 401. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Tag. Denk dir in den Creator-Code, lass ein Abo da, Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Ähm, war wieder eine lustige, chillige Runde hier. Hey, day. Ähm, danke fürs Zusehen. Haut rein. Und ciao. Tschaui.